LabDoo hat eine ganze Reihe von lizenzfreien Lerninhalten für euch vorinstalliert. Hier so ein kurzer Überblick. Unter KeyWix findet ihr eine ganze Reihe von vorinstallierten sogenannten Wikis, was ihr als Wikipedia, Wikibook etc. kennt. Ihr müsst eventuell auf Alt klicken, damit ihr verschiedene Sprachen seht, weil sonst ist immer nur die Anwendersprache erstmal vorgefiltert. Ihr könnt auch einen Server starten. Das ist ganz interessant, wenn ihr Tablets und Handys einschalten möchtet. Euch wird dann eine IP-Adresse angezeigt. Die müsst ihr in den Browsern der anderen Geräte eingeben und könnt dann unter dieser Adresse auf den Laptop zugreifen und so streamt ihr dann die Lerninhalte auf mehrere externe Geräte. Das sieht dann eben so aus, dass ihr hier die Lerninhalte seht. Und ihr könnt jetzt hier durchsuchen und das Ganze auf Handy, Tablet etc. lesen. Es ist recht interessant, wenn man nur eine geringe Anzahl von Laptops hat, aber trotzdem eben den Content teilen möchte. Dann habt ihr die Möglichkeit, weitere Dateien nachzuladen. Wenn ihr alle Dateien anklickt, solltet ihr online sein. Dann geht ihr auf eine Datenbank und ladet von da aus entsprechend runter. Unter Firefox ist auch einiges schon vorinstalliert. Auf dem ersten Tab findet ihr die Video-Tutorials. Dann gibt es hier eine ganze Reihe von Handbüchern, die wir runtergeladen haben schon zu den einzelnen Programmen. Dann gibt es auf dem Video-Tab eine ganze Reihe von Unterlagen. Mathematik, Deutschkurse, Übungsblätter. Alles lizenzfrei, alles legal. Darf auch gerne geteilt werden. Und das Ganze ist dann auf eurer Maschine. Sieht so aus, als wenn es im Internet wäre, ist aber lokal auf jedem Rechner. Über Sprachkurse, Überbewerbungen, Informationen für Flüchtlinge, Integration etc. Sehr hilfreich. Dann haben wir hier Lektionen in Arabisch, Deutsch in Arabisch. Verschiedene Schwierigkeitsgrade als Video-Tutorials. Deutschkurse, Deutschbücher. Also auch sehr interessant. Da braucht ihr also nichts kaufen, sondern ihr habt hier die Möglichkeit, entsprechend als PDF diese Bücher zu nutzen. Alles Open Educational Resources, also alles legal, lizenzfrei. Da habt ihr die Möglichkeit, an der Maschine für euch zu lernen. Und eben Flüchtlingsinformationen in verschiedenen Sprachen. Auch sicherlich ganz hilfreich in dem einen oder anderen Fall. Es gibt auch weitere Sprachinformationen. Es kommt jetzt auf eure Installation an. Es gibt das Ganze auch Englisch, Französisch usw. Bedenkt nur, dass die Speicherkapazität endlich ist. Dann könnt ihr natürlich über den Browser gehen. Ihr könnt hier direkt im Internet recherchieren auch, falls ihr eine Online-Verbindung habt. Wenn nicht, ist sehr viel eben auch offline schon vorinstalliert. Ab und zu die Tabs schließen, ein bisschen aufräumen. Bei KeyWix, wie gesagt, die Offline-Inhalte. Wir haben uns bemüht, möglichst viel für euch schon zu sammeln. Hier gibt es auch Literatur zu Linux-Mate, zu der Oberfläche, die wir verwenden, zu den Anwendungen, die da vorinstalliert sind, wie man die Oberfläche bedient, einstellt, etc. Auch sehr lohnenswert. Vielen Dank auch für die Autoren, die uns das zur Verfügung gestellt haben. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.